Stand jetzt haben wir bereits zwei Videos zum Thema professionelle IRL-Streams. Ihr habt gelernt, wie ihr BelaBox aufsetzt, um euren Stream von unterwegs nach Hause zu senden und von dort zu Twitch. Und ihr habt auch gelernt, wie man unterwegs eine bessere Internetverbindung mit Bonding bekommen kann. Doch aktuell nutzen wir in dem Setup einen Zwischenserver von BelaBox direkt, für den monatlich 10 Dollar fällig werden. Wie kann man sich diese 10 Dollar sparen oder zum Beispiel mit einer VPS von Hostinger für die Hälfte einen eigenen SRTLA-Server hosten, auf dem auch Platz für weitere Dienste wäre? Beziehungsweise, wie setzt man eigentlich einen eigenen SRTLA-Server auf? Daher werden wir in diesem Video einmal Schritt für Schritt durch das Setup eines eigenen SRTLA-Servers gehen. Wie oft will ich eigentlich noch SRTLA sagen? Und wir klären natürlich auch, wofür der Server überhaupt benötigt wird. Also, lasst uns etwas nerdig werden. Aber was ist eigentlich ein SRTLA-Server und warum brauchen wir den für unser Vorhaben mit dem IRL-Stream? Das möchte ich gerne direkt zu Beginn mit euch klären. Wer schon länger auf Twitch unterwegs ist, wird sicherlich den Begriff RTMP gehört haben. RTMP steht für Real-Time-Messaging-Protokoll und dabei handelt es sich um ein Protokoll zur Übertragung von Daten über das Netzwerk, welches vor allem gerne bei Livestreaming-Plattformen verwendet wird. Ihr sendet also zum Beispiel direkt von eurem PC einen Stream, also Bild und Ton, direkt an einen RTMP-Server und von dort wird es dann direkt an die Zuschauer verteilt. Neben RTMP gibt es aber auch noch andere interessante Protokolle. Unter anderem zum Beispiel SRT, was für Secure Reliable Transport steht und ein Open-Source-Protokoll ist, das für die direkte Verbindung genutzt wird. Hier wird also eine Verbindung vom Sender, zum Beispiel eurer Bela-Box, direkt zu einem Empfänger hergestellt. Was dabei jedoch nicht geht, ist, dass man beim Empfänger das Signal dann an viele weitere Empfänger weiterleiten kann. Das unterstützt SRT nämlich nicht. Jedoch weist SRT eine wesentlich niedrigere Latenz auf, was vor allem bei steigender Bitrate zu einem Riesenvorteil gegenüber RTMP anwachsen kann. Und SRT hat auch noch weitere interessante Features, wie zum Beispiel eine integrierte Fehlerkorrektur. Um nun aber den Bogen von SRT rüber zu SRTLA zu spannen und warum wir das Ganze für so ein IAL-Setup nutzen, müssen wir uns auch nochmal die Bitraten und Codecs anschauen. Bei RTMP wird in der Regel H.264 als Codec genutzt, was mittlerweile ein sehr alter Codec ist und vor allem bei niedrigen Bitraten mit Artefaktbildung zu einer schlechteren Qualität führt. SRT unterstützt aber auch neuere und effizientere Codecs, wie zum Beispiel HEVC, also H.265, womit man mit niedrigen Bitraten eine wesentlich bessere Qualität bekommt als mit H.264. Und jetzt haben wir ja zu Hause schon ein OBS-Setup aufgebaut, was einen SRT-Stream entgegennehmen und dann den Stream weiter an Twitch zum Beispiel weiterleiten kann. Jetzt ist aber die Frage, warum brauchen wir denn dazwischen noch einen Relay-Server? Und da kann ich nur sagen, so ein Relay-Server macht halt in vielerlei Hinsicht Sinn. Erst einmal kann man durch den Relay-Server viel einfacher das SRT-Signal am heimischen Rechner in OBS empfangen. Es müssen zum Beispiel keine Ports geöffnet werden, da das OBS-Setup auf dem Relay-Server zugreift und das Signal abholt, anstatt dass der Relay-Server direkt an OBS sendet. Nun hat man jedoch unterwegs vielleicht nicht immer die beste Verbindung und dafür kann man, wie im letzten Video zu dieser Reihe schon gezeigt, auf Bonding zurückgreifen. Damit der Relay-Server aber mehrere Streams empfangen und diese kombinieren kann, also dass Bonding auch wirklich Früchte trägt, greift man auf SRT-LA zurück, was im Endeffekt nichts anderes als SRT ist, nur mit dem Zusatz, dass Bonding beim Empfangen unterstützt wird. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte da dran. Ziemlich viel Background-Informationen, aber mir ist es immer wichtig, dass man halt nicht nur irgendwas einrichtet und einstellt, sondern auch irgendwie versteht, warum man das tut und warum das Sinn macht. Nun möchte ich aber nicht nur darüber reden, was ein SRT-LA-Server ist, sondern ich möchte den auch mit euch gemeinsam einrichten. Und da steht jetzt erstmal eine Entscheidung im Raum. Also entweder wollt ihr den SRT-LA-Relay-Server auf eurem PC zu Hause laufen lassen, was natürlich Kosten spart, ihr dann aber Ports öffnen und den Server von außen durch zum Beispiel DynDNS verfügbar machen müsst. Oder aber ihr wollt den Server auf einem kleinen V-Server bei einem Anbieter einrichten, wodurch das Öffnen von Ports zu Hause sowie die Verwendung von DynDNS entfällt. Und ja, beides hat natürlich seine Vor- und Nachteile, wobei man dann auch noch beachten muss, man muss ja auch das OBS-Setup, was man zu Hause am Rechner einsetzt, nicht unbedingt zu Hause am Rechner einsetzen, sondern kann es eigentlich auch auf einem Server laufen lassen. Hierdurch spart man sich dann, dass der PC zu Hause die ganze Zeit laufen muss, was bei den aktuellen Strompreisen sicherlich kein zu vernachlässigender Faktor ist. Also konzentrieren wir uns jetzt erst einmal darauf, dass wir einen SRT-LA-Relay-Server auf einem V-Server aufsetzen. Später im Video zeige ich euch, wie ihr das Ganze auch zu Hause auf dem PC aufsetzen könnt, also ihr könnt da selber entscheiden, was für euch besser geeignet ist. Und als Anbieter setze ich Hostinger ein, einfach aus dem Grund, weil ich mit Hostinger schon länger zusammenarbeite und da sehr zufrieden bin und das da gerne dann auch einmal zeigen möchte. Ich bekomme von Hostinger die VPS kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich das Ganze hier auch umsetzen kann. Beginnen wir also als allererstes einmal mit dem Server. Wie gesagt, wir setzen das Ganze mit Hostinger um und dort gibt es die Möglichkeit, eine VPS zu mieten bzw. zu buchen. Das Ganze fängt hier bei 5,49 Euro im Monat an. Wir brauchen auch eigentlich nur eine KVM bzw. VPS, also es ist eigentlich ein V-Server mit einem CPU-Kern, also einem virtuellen CPU-Kern, 4 GB RAM. Das reicht mehr als aus. Wir sind, wenn wir hier diesen Plan wählen und man kann natürlich auch andere Pläne wählen, wenn man noch mehr auf dieser VPS, diesem V-Server, dieser KVM laufen lassen möchte. Wie gesagt, wir brauchen hier die KVM1 und dort ist das Ganze, wenn man es für 24 Monate bucht, bei 5,49 Euro im Monat. Je nachdem, auf welche Laufzeit ihr das mit dem IAL-Streamer jetzt weiter umsetzen wollt, könnt ihr natürlich entscheiden bei monatlicher Laufweise. Seid ihr natürlich mit dem, was bei BelaBox angeboten wird, günstiger, aber ihr könnt halt nicht mehr über den Server laufen lassen. Das einmal, um hier ganz ehrlich zu sagen, was Sache ist. Ich nehme das Ganze jetzt auf 24 Monate, locke mich ein bzw. erstelle ein Konto und dann kann man das Ganze hier auch einfach buchen und bezahlen. Und dann können wir auch schon loslegen. Nach der Buchung der KVM1 findet ihr das Ganze auch direkt im Dashboard. Dort steht die ausstehende Einrichtung an und damit legen wir jetzt mal los. Und das geht eigentlich relativ zügig. Erstmal müsst ihr einen Standort auswählen für das Ganze. Je nachdem, was ihr für Dienste darauf laufen lasst, würde ich da halt schauen. Das Näheste, was bei uns hier in der EU ist, ist zum Beispiel Frankreich. Das wähle ich jetzt in Europa auch einfach, weil natürlich, wenn ich hier L-Streams mache, ich bin hier unterwegs wäre. Und dann habe ich da natürlich die niedrigste Latenz. Und dann brauchen wir ein Betriebssystem. Und hier könnt ihr fertige Betriebssysteme schon auswählen. In unserem Fall würde ich euch bitten, Ubuntu zu nehmen, die 24.04. Das Ganze hier einfach zu wählen. Man kann es auch mit anderen Betriebssystemen machen bzw. anderen Linux-Distributionen. Ich nutze, glaube ich, seit... Gott, ich glaube, ich bin schon ziemlich lange in IT. Jedenfalls sehr lange Ubuntu und macht mir am meisten Spaß. Monax-Mailware-Scanner brauchen wir nicht weiter. Dann bekommt ihr hier einmal die Möglichkeit, ihr könnt ein Root-Passwort vergeben. Das ist natürlich nicht so super sicher. Das heißt, jeder hat jetzt die Möglichkeit, theoretisch per Brute Force auf euren Server sich Zugang zu verschaffen. Ihr könnt auch einen SSH-Schlüssel vergeben. Das ist optional. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr den Server in Zukunft richtig sicher machen wollt, so ein Hardening durchzuführen. Da kann ich euch auch noch mal eine Anleitung unten in der Videobeschreibung verlinken. Und da wird das Ganze dann mit SSH-Schlüssel gemacht. Man verbietet das Passwort-Login auf den Server und noch so ein paar andere Dinge. Auch relativ simpel. Wird jetzt den Umfang des Videos aber einfach sprengen. Wir vergeben hier einfach ein Passwort. Ihr seht hier dann zum Beispiel auch schon mal euren Hostname. Hostname. Darüber wird der Server später verfügbar sein. Wir gehen dann mal auf Weiter. Hier wird nochmal alles sicherheitshalber angezeigt. Einrichtung abschließen. Und schon wird der V-Server oder die KVM oder die VPS aufgesetzt und ist gleich verfügbar. Man sieht hier auch den Fortschritt. Also das geht wirklich sehr, sehr zügig. In der Zwischenzeit könnt ihr euch aber schon mal ein anderes Programm runterladen, nämlich Putty. Muss man auch nicht nutzen. Ist aber mein Lieblingstool, um auf einen Server zuzugreifen und den zu administrieren. Putty ist kostenlos. Link dazu in der Videobeschreibung herunterladen. Dann könnt ihr Putty eigentlich auch schon mal starten. Und das Ganze sieht dann so aus, nur dass ihr hier keine gespeicherten Sessions habt. Und da müssen wir eigentlich nichts weiteres machen, als den Hostname einzugeben. Das ist im Endeffekt der Hostname, den ihr eben bei der Einrichtung angezeigt bekommen habt. Oder aber ihr nutzt direkt die IP-Adresse. Das mache ich in dem Fall. Wird hier auch schon angezeigt nach der Einrichtung. Nehmt das Fenster einfach mal hier mit hin. Gebt hier die IP-Adresse an. Wichtig ohne Root und alles andere dabei. Port 22, SSH. Dann kann man das Ganze auch speichern, damit man da immer wieder ganz einfach zugreifen kann. Das würde ich auch empfehlen. Ich nenne es jetzt einfach mal Hostinger IRL. Klicke hier auf Save. Dann wird hier ein neuer Eintrag gemacht. Könnt ihr jederzeit über Anklicken und Load laden. Wir wollen hier aber noch eine Sache mit angeben, nämlich wie sich eingeloggt werden soll. Das heißt, wir können hier einmal bei Connection Data, dann einmal den Auto-Login-Username angeben. Root. Dann wieder zurück auf Session. Hostinger IRL anklicken. Save. Und dann könnt ihr eigentlich schon auf Open klicken. Es kommt dann so ein kleines Pop-Up-Fenster, weil das erste Mal geprüft werden muss, ob der Zugriff denn auch richtig ist. Einmal mit Accept das Ganze speichern. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch hier einmal euer Passwort eingeben, was ihr für den Root-Benutzer angegeben habt. Schwupp. Und schon seid ihr auf der Konsole von eurem Server. Und jetzt kann die Einrichtung unseres SRTLA-Relay-Servers auch schon losgehen. Das allererste, was ich euch empfehle, ist, solltet ihr anderweitig als Root angemeldet sein, dann könnt ihr mit SUDO, also SUDO, Leerzeichen SU-, euch als Root-Benutzer anmelden. Bin ich jetzt schon, deswegen steht hier auch Root-At. Ihr solltet dann auf jeden Fall ein Update machen, um zu schauen, dass wirklich alles up-to-date ist auf dem Server. Das heißt einmal apt-get-update, danach ein apt-get-upgrade. Dann wird euch angezeigt, was an Paketen upgedatet werden kann auf dem Server. Mit Y bestätigen, Enter. Als nächstes wollen wir dann Docker installieren. Docker ist eine Möglichkeit, um bestimmte Dienste isoliert in sozusagen Containern laufen zu lassen. Das macht es später, wenn man mehrere Sachen parallel laufen lassen möchte, sehr viel einfacher. Auch jetzt zum Beispiel für unseren SRTLA-Server. Zum Installieren ganz einfach. apt, dann Leerzeichen install, Leerzeichen docker.io, Leerzeichen bindestrich y für yes. Enter und schwuppdiwupp, schon wird Docker auf unserem Server eingerichtet. Nach der Installation können wir das Ganze auch prüfen, indem wir einfach Docker, Leerzeichen ps, Leerzeichen minus a andrücken oder auswählen als Befehl. Und dann sehen wir schon, ob hier bestimmte Container laufen. Bis jetzt läuft noch nichts und jetzt können wir unseren SRTLA-Server aufsetzen. Und ihr werdet euch wundern, wie einfach das jetzt eigentlich geht. Und zwar habe ich dafür einen fertigen Befehl unten in die Videobeschreibung gepackt. Wir führen hier Docker Run aus, dann minus d, das heißt, dass das Ganze im Hintergrund läuft. Minus minus restart always. Das ist ein Zusatz, damit der Docker-Container auch automatisch, wenn der Server zum Beispiel neu gestartet wird oder der Container abstürzt, automatisch neu startet. Dann müsst ihr euch da um nicht mehr kümmern. Minus minus name, Name vergeben, SRTLA. Und dann geben wir hier jede Menge Ports frei, bis hier hinten, für den Docker-Container intern. Und dann benutzen wir ein fertiges Image, nämlich keskes-Bela-Box. Auf das Image bin ich unter anderem über Pirato gestoßen. Der schreibt ganz coole Anleitungen auch genau zu diesem ganzen Thema. Auf seiner Website habe ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da nochmal, ja, ein Shoutout an Pirato. Und wenn ihr hier das Ganze eingegeben habt, dann braucht ihr eigentlich nur noch Enter drücken. Schwupp, es wird einmal das Image runtergeladen aus der Docker-Registry. Und das war es eigentlich auch schon. Docker-Lehrzeichen PS-Lehrzeichen minus A. Und wir sehen, hier läuft ein Docker-Container. Seit sieben Sekunden hat mehrere Ports freigegeben und hat den Namen SRTLA. Mega. Also eigentlich ist unser SRTLA-Server jetzt aufgesetzt und fertig. Ich würde euch aber noch eine Sache empfehlen. Und zwar könnt ihr in den Container reingehen, das heißt Docker-Exec-IT-SRTLA-Bin-Bash-Enter. Und schon seht ihr, dass hier das Ganze ein bisschen sich geändert hat. Wir sind jetzt root at und dann hier eine Nummer. Und das ist diese Nummer hier. Wir sind jetzt in dem Docker-Container drin und können dort natürlich auf der Kommandozeile auch Befehle absetzen. Und was machen wir in dem Docker-Container? apt-get-update und apt-get-upgrade. Bumm, die ganzen Updates installieren und fertig. Ihr könnt jetzt aus dem Docker-Container mit Exit und Enter wieder raus. Jetzt seid ihr wieder als Root-Benutzer in eurer VPS. Und hier kann man natürlich nun schauen, wie das Server ausgelastet ist. Das machen wir mal, während wir das Ganze gleich verbinden mit unserem Bela-Box und OBS-Setup. Das heißt, was ich da nutze, ist zum Beispiel H-Top. Einfach H-Top eingeben, Enter. Und wir sehen jetzt hier einmal unsere CPU, wie er die ausgelastet ist, der Arbeitsspeicher, die generelle Auslastung im Average. Und das lassen wir einfach mal laufen und verbinden uns jetzt mal mit der Bela-Box und die dann mit unserem neuen SRTLA-Server. In der Bela-Box-Oberfläche müsst ihr nichts anderes machen, als zu dem Relay-Server-Settings gehen. Und dort das Ganze auf Manual Configuration. Dann gebt ihr eigentlich nur noch die IP-Adresse jetzt von eurer VPS ein. Dann den Port 5000, den haben wir ja auch freigegeben. Und dann müsst ihr eine SRT-Stream-ID eingeben. Und das Ganze im folgenden Format. Ich zeige euch das mal hier live slash stream slash und dann ein Passwort vergeben. Ich habe es jetzt mal ganz einfach gemacht. QWE ASD1234. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Wir könnten jetzt theoretisch mit unserer Bela-Box an diesen SRTLA-Server senden. Je nachdem, ob wir jetzt nur einen Anschluss haben oder wie ja im letzten Video gezeigt mit Bonding mehrere. Einfach auf Start klicken und tadaa, wir senden an unseren SRTLA-Server. Aber den müssen wir natürlich jetzt auch noch einbinden in unser OBS-Studio. Und dort braucht ihr euch eigentlich nur eure Medienquelle für die Bela-Box schnappen und dort einfach das Ganze anpassen. Bei euch wird es sicherlich schon mit der Eingabe sein, so wie aus dem letzten Video. Und da packt ihr eigentlich bei Eingabe nur SRT doppelpunkt slash slash, dann die IP eures Servers, dann doppelpunkt 8282, Fragezeichen, Stream-ID gleich. Und wir erinnern uns, was wir in der Web-Oberfläche der Bela-Box für die Stream-ID eingegeben haben. Nämlich play slash stream slash und dann QWE ASD1234. Wir nehmen hier noch die Hardware-Dekodierung mit rein, damit das Ganze schneller gerendert wird. Und dann mit OK bestätigen. Und zack, da ist schon unser Bild von der Bela-Box. Und das Ganze über unseren eigenen SRTLA-Server. Super, super nice. Das Setup mit dem eigenen Relay-Server in der Cloud ist damit eigentlich jetzt fertig. Ihr könnt also das Abo bei Bela-Box auf GitHub kündigen, da der dortige Cloud-Service nicht mehr benötigt wird. Und wie bereits erwähnt, ist der Vorteil eines V-Servers natürlich nun, dass ihr neben dem SRTLA-Server, der ja jetzt läuft, auch noch weitere Dienste laufen lassen könnt. Nur einmal als Beispiel zur Anregung, ihr könntet eine eigene Website mit WordPress hosten. Ihr könntet einen eigenen URL-Shortener, wie zum Beispiel Schlink nutzen. Das mache ich unter anderem für meine ganzen Links, die unter den Videos sind, die mit link.nilson1289.tv laufen. Das ist mein eigener URL-Shortener. Und es gibt natürlich auch noch viele weitere Dienste. Ich hatte aber versprochen, dass wir das Ganze nicht nur mit einem gemieteten Server in der Cloud machen, sondern auch lokal kostenlos auf dem PC zu Hause. Und das Ganze werden wir jetzt tun, nämlich einmal mit VirtualBox. Das ist eine Software, mit der ihr virtuelle Maschinen, also kleine V-Server, direkt auf eurem PC aufsetzen und laufen lassen könnt. Ist VirtualBox installiert, erstellt man lediglich eine neue virtuelle Maschine. Dafür braucht man jedoch auch die passende ISO-Datei für das Betriebssystem. Ihr erinnert euch, wir haben Ubuntu zum Beispiel für unsere VPS bei Hostinger ausgewählt. Zum Beispiel kann man hier dann einfach Ubuntu auch auf der Website von Ubuntu herunterladen, als Server-Version. Und diese ISO-Datei, die können wir dann als Abbild auswählen in VirtualBox. Dort muss man dann nur noch den Namen vergeben, Speicherort festlegen und dann auf Weiter klicken. Und es kommen noch Abfragen zu Benutzernamen und auch Passwort. Während der Installation legt ihr aber sowieso noch einen Benutzer auf dem System an. Man kann sich also daher hier auch einfach durch die Einstellung durchklicken. Lediglich die Festplattengröße würde ich kleiner gestalten. 10 GB reichen da mehr als aus. Und sobald das Betriebssystem anfängt zu installieren, sollte man sich einfach mit Tab und dann durchhangeln. Wirklich wichtige Einstellungen muss man in der Regel nicht ändern, außer dass man auch hier noch einmal Benutzername, Passwort und den Host vergibt. Sobald die Installation beendet ist, seht ihr den Button Reboot. Einfach per Tab auswählen, mit Enter bestätigen und nach dem Reboot der virtuellen Maschine könnt ihr euch mit dem zuvor vergebenen Benutzernamen und Passwort anmelden. Und alles so konfigurieren, wie wir es bereits auf dem V-Server von Hostinger getan haben. Eine Info möchte ich euch aber auch noch mit auf den Weg geben. Damit die virtuelle Maschine in eurem Netzwerk eine richtige eigene IP bekommt, solltet ihr vor dem nächsten Hochfahren der Maschine die Einstellungen bearbeiten und das Netzwerk auf Bridged wechseln. Dadurch kann dann euer Router zu Hause der virtuellen Maschine eine IP-Adresse zuweisen. Und wenn ihr dann in eurem Router noch einstellt, dass diese virtuelle Maschine immer die gleiche IP-Adresse bekommt, das würde ich dann auch tun, hat sie immer die gleiche IP-Adresse. Jetzt bleibt natürlich noch ein Problem offen, denn die IP-Adresse nach außen, die ihr dann ja theoretisch benötigt, wenn ihr unterwegs seid, die ändert sich in der Regel. Die meisten Anbieter haben immer nur für 24 Stunden die gleiche IP-Adresse, es sei denn, ihr habt eine feste gebucht und dann bekommt ihr eine neue zugewiesen, über den Zwangsreset. Und diese IP-Adresse müsst ihr ja aber irgendwie wissen und da müsst ihr dann sowas nutzen wie dünn-DNS. Mit der kann man nämlich dann von außen immer über die gleiche IP-Adresse sozusagen zugreifen. Was aber auch wichtig ist, dass noch die Ports geöffnet werden müssen. Ihr müsst also in eurem Router einstellen, dass bei einem eingehenden Zugriff auf einen bestimmten Port, dieser an eine interne IP weitergeleitet wird und dort auf einen Port. Nämlich an die IP eurer virtuellen Maschine. Sowas nennt man dann einfach Port Forwarding und ja, das muss auch noch eingerichtet werden. Aber nach diesem ganzen Kram mit den IPs, mit den Ports, mit der Kommandozeile, also der Konsole und den Befehlen. Wenn ihr nun der Meinung seid, ihr könnt Neo die Stirn bieten, ja, dann grüßt den Architekten von mir. Das Thema IRL-Streams ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Sorry nochmal, dass es diesmal so lange gedauert hat bis zum nächsten Teil. Ich habe noch weitere Teile geplant. Unter anderem ein Tool, was es euch ermöglicht, dass in OBS automatisch die Szene gewechselt wird, wenn ihr mal wirklich die Verbindung verliert. Also auf eine Infoszene bin gleich zurück oder schlechter Empfang und sobald ihr wieder da seid, wechselt es wieder zurück. Aber auch noch andere Themen. Habt ihr da noch Kritik und Anregungen für nächste Videos, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!